So losgefeuertes... Tja. Hä? Du warst bei mir im Loch. Ja, Flickflack hat bei mir auch mal das Loch gerade eben ganz tief geküsst, hey, hier. Ja, super. Ah, hui, hallo. Oh, nee. Bios. Ja, ich hab Neo rausgegriffen. Der war genau unter mir und dann bin ich auf ihn draufgesprungen. Er war im Loch und dann bumm und Neo raus, wow. Jenny in 1, wow, geil. Welchen Titel? Okay, das hört jetzt auch interessanter aus beim Vodi. Herr Vodi macht irgendwie voll die interessanten Sachen gerade. Ja, wie geil, weil er halt hüpft, weil er einfach hüpft. Ich glaube, du musst ein bisschen über die Bande spielen, Pascal. Ja. Ich muss ein bisschen mehr tief schlagen. Tief schlagen, aha. Tief. Mit... Schief. Achso, schief. Nicht tief, tief. Schief. Drei, 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 sieben. Oh, Bios, das schmeckt zu lecker. Ich dachte mir gerade, was ist los? Bist du ruhig hier? Alter was war denn das? JAAAAAAAH AUUHH HULK! Bei mir lecktes gerade. Oh, ich habs gerade noch geschafft. Ach, lol. Wecklebt. Mach mir noch mal wieder Einladen. Ja. Flick-Flock! Ich wollte eigentlich gerade sagen, Flick-Flock hast du wohl wieder Escape gedrückt? Und in dem Moment kommt einfach das Ding ins Ohr. Scheiße, what? Yes! Sehr gut! Oh, kam gut, kam gut. Hey Muggi, bei dir ist ja irgendwie blutig da. Was los? Was passiert? Ich lauf aus. Einen Eiswaffel. Möchte jemand an meinem Eis lecken? Ja, nehm ich. Jetzt sollte es auch für alle reichen. Jetzt darf jeder mal an ihrem Eis lecken, was? Dann nutze ich die aber jetzt noch, weil die ist ja gleich weg. Flieg meine Rakete, flieg! Ich nehm nicht mit, Neo, komm! Jani macht einfach den 360-Trickster-Schraubenschuss ins Tor! Wow! Wie wäre es mit dem Community-Tour-Turnier nach dem Match? Sowas ähnliches planen wir sogar. Dofi. Äh, wer darf? Äh, Neo. Ja, wenn du schon fliegst, dann fahr ich gleich. Ganz ehrlich. Ich bin doch schon fertig. Ja, sie ist schon wieder down. Weg genommen. Ach, ne. Ich fahr mit. Wow! Die Jenny staubt ihn noch ab, aber ich krieg die Vorlage dafür. Oh, sorry! Alles gut! So, Neo? Bam, perfekt vor. Und dann Jenny. Danke an dir! Ja, sehr gut. Ich wollte nur sicher gehen, ey. Sehr gut, Jenny. Sehr gut sicher gegangen. Ach, ach so. Ach so, stimmt. Ja, ich konnte leider nicht gucken. Ja, ist alles gut, klar. Wow. Oh, schön! Alter! Neo! Booyah, Junge! Was? Das, das muss geklippt werden. Oh, warte, 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 warte! Muss der Ball? Völlig verwirrt. Oh, schade. Der Wille war da. Das, was war das denn? Stoß, Stoß, Stoß. Ja. Das ist ein ultimatisches Stoßspiel hier. Schade, dass Alex das alles nicht sieht. Oh, Alter, Neo! Das reicht's, Alex! Sehr abartig! Schade das mal an! Klopp! Was hättest du denn nie? Nur Onlyfans, ja. Schade, dass Alex das alles nicht sieht. Der wär sehr stolz auf mich. Ja. Ich hab die Waffe aus Versehen gedroppt, fuck! Schade. 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 Schade.